Mama, hast du meinen Lieblingspulli gesehen? Ist doch schon im Koffer, Conny. Ah, ich sehe ihn. Und Mau auch. Ach Mau, ich würde dich so gern auf die Burg mitnehmen. Typisch Mau, macht nur Unsinn. Und das bald auch in Connys erstem Kinoabenteuer. Meine Freundin Conny, Geheimnis um Kater Mau. 2020 nur im Kino.